Yo, servus und hallo zu einer weiteren Runde Minecraft Master Builders. Heute wieder leider mit dem Toni. Alles klar. Und mit Bike. Bike. Alles klar. Wir machen ein sehr cooles Bike. Ach nein, ich bin... Nein. Für jeden, der sich fragt, was ich mache, ich habe noch nie erfahren, also ich habe keine Ahnung. Ne, 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 wie heißt das? Ne. So heißt das ganz sicher nicht. Ne, doch der hat nicht. Aber ich habe gerade wirklich eine Idee. Das könnte sogar gut werden. Sagt er das irgendwie immer? Nein, diesmal bin ich mir sogar ziemlich sicher. Dieser Toni. Eieieiei, das wird schon wieder sehr knapp. Hm, das wird immer knapp. Ich finde, die Bildzeit ist wirklich ein bisschen zu kurz. Naja, eigentlich ja nett, aber... Ich werde nicht fertig, ich kann es vergessen. Wie lange ist es noch? Zwei Minuten? Es gibt zwei Minuten. Ja, ich werde nicht fertig. Safe Call. Sogar Safe Call. Wenn ich das schon Safe Calle... Ich Safe Calle normalerweise nichts. Ja, das stimmt. Aber es könnte, es könnte Ideenpunkte geben. Hm. Es gibt keine Ideenpunkte, ne? Doch, es gibt Ideenpunkte. Ja. Doch. Nur weil du keine Ideen hast. Was machst du da gar nicht? Du seid für komische Lacher. Ah, irgendwas stört mir. Es fällt was. Aber ich weiß nicht was. Und alle, die zuschauen, denken sie euch ja nicht gerade so... Warum kommt einer drauf? Aber... LOL! Das ist mega gut! Ihr kommt gerade einfach wirklich nicht drauf. Ich bin stolz auf mich. Dass es sowas gibt. Ja, das ist schon extrem unwahrscheinlich, dass ich sowas je sagen würde. Ja, dann sind wir gespannt, wie das ausschaut. Weil wir sehen uns eh gleich in der Bauphase. Okay. Voting-Phase. Boah. Schaut aber echt gar nicht so schlecht aus. Ähm. Das ist ein bisschen langgezogen, finde ich. Ja, eben. Meh. Ich gebe mir gut. Ich gebe mir, it's okay. Weil es it's okay ist. Ich finde es halt sehr langgezogen. Ich finde es ist wirklich nicht so schlecht, ne? Aber ansonsten ist es nicht schlecht worden, ne? Ja. Das ist scheiße. Scheiße, ne? Da wäre es gekommen, ne? Weil was ist das da vorn? Ich meine, ich glaube es soll Licht darstellen, aber es stellt echt kein Licht dar. Ja, es ist zu groß. Aber was ist das für ein Rücklicht? Man, die Idee ist cool. Die Idee ist cool. Die Idee ist wirklich cool. Aber ja. Ähm. Nein, das ist cool. Ja, das ist deins. Glaube ich. Das ist deins. Wirklich? Ja, es ist deins. Wer weiß, wer weiß. 100% ist es deins. Gib mir. Nein. Wahrscheinlich. Nein, ich habe ihn jetzt okay gegeben. Alles gut. Oh, das ist wirklich. Ja, aber. Ihr würdet dann das Radar kennen uns wirklich noch. Ne, würde ich echt nicht. Weil. Das ist der Sattel und der da draufsetzt. Das ist auch vergessen worden. Ja, aber wo ist denn? Du sitzt da oben und da unten ist das Lenkrad? Das ist. Äh. Das ist, ähm, KA. Mhm. Direkt mal reporten. Ja, genau. Ja, ich hoffe, wenn das nicht explodiert, ne? Ja. Manchmal hat er keine Ahnung, was er macht. In dem Profil. Boah. Ohohoho. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Geil. Was? Schon vorbei? Einfach wirklich. Und ich bin einfach letzter. Gut, war jetzt auch nicht so schwer in der Runde dritter zu werden. Wisk. Was ist das? Also, ich habe zwar echt bei den meisten Wörtern weiß ich, was es ist, aber Wisk? Kannst du es nicht googeln? Schneebesen. Ah. Okay. So. Wir müssen. Macht Spaß. Was? Oh. Ich dachte schon. Ich habe jetzt. Ich habe gedacht, du bist schon fertig. Mh. Mh. Mal einmal das. Ich habe noch nicht angefangen zu bauen. Ich habe noch nicht angefangen zu bauen. Ja, ich habe schon, aber ich muss... Die ganzen Leute, die das anschauen, denken sie gerade so, was baut der eigentlich? Hat er schon jemals einen Schneebesen gesehen? Häh? Ist das nicht ein Mixer? Genau so. In der Art und Weise. Aber das Problem ist, manche Leute denken das. Ja, gut. Weil die noch nie was anderes gesehen haben, außer einen Mixer. Weil heutzutage ist ja alles, ähm, hier... Wie heißt der Scheiß? Kann ich schon nochmal leid machen. Ja, ich habe gerade auch was versucht, aber das wird nichts. Oh, oh, oh. Das wird schlecht. Ich versuche es jetzt einfach so. Das wird einfach mal gut ausschauen. Aber... Wahrscheinlich quitten eh wieder 50 Leute. Ja, ich bin sicher. Und dann bin ich wieder dritter, weil nur drei Leute dabei sind. Genau. Das haben wir ja schon nochmal gehabt. Warte, nö. Ich verstehe nichts. Alter, das ist einfach kein Schneebesen, was ich da baue. Hast du recht? Ich blende euch da schnell ein bisschen von einem Schneebesen ein, für jeden, wer weiß was das ist. Und das ist einfach kein Schneebesen. Nein. Was fragst du denn bei mir, du? Das wird einfach... Das wird einfach... Das wird einfach... Das ist mein Eiser Bleeding. Ja, das ist... Das ist mein Eiser Bleeding. Ja, das ist... Was hast du für ein Element genommen bei den... Bei den... Bei den Späden da vorne? Was soll ich meine? Mit grauer Molle probiert. Alles klar. Ja. Ja, meins... Meins gebe ich selber einen Report, Alter. Ja. Alter. Oh ja, okay. Ich wurde wieder gebackt. Sehr schön. Ja, gut. Wir sehen uns gleich wieder in der Bewertungsrunde. So, die machen wir echt einen Mixer. Ja, aber es ist kein Schneebesen. Tut mir leid. Du kannst in einen Mixer einen Schneebesen einsparen, aber nicht immer mehr, weil... Ich will nicht ungefähr sein, wenn mein Schneebesen schon einfach so schlecht ist. Ja, also... Was soll ich sagen? Ja, GG. Meiser Bleeding, Report. Nein, nein. What is Whisk? Na, gib Meiser Bleeding, weil es ist irgendwie... Kein Report, weil... Wieso soll es nicht sein? Oh, hehehe. Das ist ein Löffel, der an beiden Seiten offen ist. Äh... Ja. Vor allem dieser Diamantboden, ne? War denn 4 Minutes? Ja, genau. Das haben wir ja gedacht. Ich glaube, meins wird... Meins wird... Zerstört werden. Alle werden zerstört. Guck um das Schild. 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 Ihr bist Schild leider nicht mehr erwischt. Eieieieieiei... Aber jetzt ist das Schneebesen, es gibt immer mehr. Es ist keine totale Verfehlung. Alter... Bei... Hä? Das sieht aus wie eine Standbohrmaschine aus dem Technikunterricht. Stimmt. Hä? Schau dir den Schneebesen an. Der ist... Sieht fast aus wie Zeus Dreizack. 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 Ja, das ist einfach geil. Das ist Deiner. Hier ist sie ja. Ich gebe Wow Everything is Awesome. Ich habe dir Wow Everything is Awesome gegeben. Das ist so assig. Deswegen ist Stimme... Was ist das denn? Ähm... Ich bin heute nicht unfair. 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 Mäh. 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 Das ist klar. Du gewinnst, wenn du der Einzige bist. Das ist einfach, wenn du mal identifizieren hast. Keine Ahnung, was das sein soll. So wie das einfach. Das bekam alles abredigen. Das finde ich wirklich schlecht. Das würde ich als Brunnen identifizieren mit... Keine Ahnung, was da ist. Das ist... Alter, du gewinnst, weil das nicht explodiert ist. Weil ich dir Wow Everything... Was ist das? Es tut mir leid, aber na... Das ist ein... Das ist ein Eierzerstampfer. Das ist ein Ei anscheinend. Das ist... Das ist vielleicht ein Schneebesen. Und das ist... Mülleimer? Oder Titus? Das ist der Experte. Ja, natürlich. Das ist ein Löffel und... Ich mache einen Metalldetektor. Oh Gott. Soll das jetzt sehr assüß sind, aber... Oh, sind wir demotiviert. Das geht ja gar nicht. Oh, ja, 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 ja. Don Cooley. Komm, lass mich bitte nicht letzter sein. Wenn du letzter bist, dann kannst du... Ja! Ah, ich bin ernst vor dir. Mein Minecraft ist nicht schlecht. Spielabstürz. Ein unerwartetes Problem ist aufgetreten. Das Spiel ist abgestürzt. Ja, gut. Dankeschön. Dann war's das wieder mit Minecraft Master Builders für heute. Das laget wenigstens nicht so auch die Mario Party. Und... Jo, in dem Sinne... Tschau! Tschüss!